Hallo, heute werde ich über das Gorenji WNEI 74A PS Waschmaschine berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den richtigen Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen. Entfernt bis zu 99,9% der Bakterien aus Ihrer Kleidung. Das von Intertech getestete und zertifizierte Dampfwaschprogramm Extra Hygiene entfernt mit Hilfe von Dampf- und Hochtemperaturwäsche bis zu 99,9% der Bakterien und Häfen aus Ihrer Wäsche. Die Kleidung wird perfekt sauber und gleichzeitig bleibt Ihre Waschmaschine länger sauber, ohne mikrobielle Belege und damit verbundenen unangenehmen Gerüchen. Jedes Waschprogramm ist jetzt schneller als je zuvor. Sie sind ständig in Eile und haben für nichts Zeit. Gorenji Waschmaschinen verfügen über eine Fast Washing-Funktion, die genau für diese Situation entwickelt wurde. Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, die Waschzeit zu verkürzen. Mit dieser Funktion können Sie eine neue Funktion verwenden, um die Waschzeit jedes Programms zu verkürzen, einschließlich Vorwäsche und zusätzlichem Wasser. Tiefengereinigte und glatte Kleidungsstücke ohne Weichspüler Weichspüler vergessen. Eine zusätzliche Dampfbehandlung am Ende des gewählten Programms reduziert deutlich Falten, Gerüche und Bakterien. Ihre Kleidungsstücke werden gründlich sauber, knitterfreier und weicher. Leistungsstarker und dennoch leiser Motor Dieser leise aber sehr effiziente Motor wurde entwickelt, um eine lange Lebensdauer Ihrer Waschmaschine zu gewährleisten und bei jedem Waschgang Energie zu sparen. Weniger Zeit zum Bügeln von Hemden. Das Shirts Steam-Programm ist speziell auf das Waschen von Hemden zugestitten, damit diese nicht nur gründlich sauber, sondern auch deutlich knitterfreier werden, sodass Sie nicht zu viel Zeit mit dem Bügel verschwenden müssen. Drei Schritte und Sie sind bereit. Die benutzerfreundliche Oberfläche mit zentral positioniertem Auswahlknopf ermöglicht es Ihnen, mit dem Waschen in nur drei einfachen Schritten zu Beginn. Schalten Sie die Waschmaschine ein, wählen Sie das Programm und drücken Sie Start. Ohne Untermenüs zur Auswahl zusätzlicher Funktionen und Einstellungen, aber Sie haben die Freiheit, die Einstellungen auf der großen Touch-Oberfläche vorzunehmen, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Kleidungsstücke so gewaschen werden, wie Sie es möchten. Kein Zitter mehr während der Action. Erhöhte Stabilität und deutlich reduzierte Vibrationen dank Stable-Tec-Seiten und Bodenplatten führen zu einem deutlich verringerten Geräuschpegel selbst bei höchsten Schleuderdrehzahlen. Perfekter Zugang. Die große Tür aus einem einzigen Stück Kunststoff ohne Schrauben sorgt für Stabilität, verhindert lästiges Quietschen oder Knarren. Es öffnet sich um volle 180 Grad, sodass das Entleeren und Beladen der Trommel so einfach wie möglich ist. Sicherheit für neugierige Kinder. Während des Waschens bleibt die Tür verschlossen, sodass selbst das neugierigste Kind sie nicht öffnen kann. Für zusätzlichen Schutz kann das Bedienfeld durch Drücken einer speziellen Tastenkombination gesperrt werden, sodass ein versehentliches Ändern der Einstellungen nicht möglich ist. Keine lästigen Pieptöne mehr. Wave Active Waschmaschinen schonen nicht nur Ihre Wäsche, sondern auch Ihre Ohren. Sanfte Töne geben Ihnen sanftes Feedback zu den von Ihnen ausgewählten Funktionen oder Programmen. Ihre Lieblingsteile immer griffbereit. Nur 20 Minuten reichen aus, um Ihr neues T-Shirt oder andere weniger verschmutzte Wäsche aufzufrischen. So ist Ihr Wunschoutfit immer parat. Überschwemmungsgefahr 0. Mit der Aquastop Sicherheitsfunktion kann die Waschmaschine nachts oder sogar während ihrer Abwesenheit sicher betrieben werden. Im Fall eines Lex unterbricht Aquastop automatisch die Wasserzufuhr und schützt Ihr Zuhause vor Überschwemmungen. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Die Beschreibung sollte ausführlicher sein. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Sie ist leise. Der 1400 Schleudergang ist der Hammer. Das war mein Testbericht zum Gorenji WNEI 74APS Waschmaschine. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Link in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezession folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!